Hallo Aktienfreunde, heute habe ich wieder ein paar Dividend-News für euch. Und zwar erhöhen folgende drei Aktien die Dividende. Fangen wir an mit dem Kreditkartenanbieter Visa. Diese Firma steigert die nächste Quartalsdividende von 0,45 auf 0,52 US-Dollar und damit um ca. 15,6%. Der nächste Zahltag ist hier am 1.12.2023. Dann geht es weiter mit dem Ölkonzern ExxonMobil. Diese Firma erhöht die Quartalsdividende von 0,91 auf 0,95 US-Dollar und damit um 4,4%. Gezahlt wird hier am 11. Dezember. Dann zum Schluss noch das Gesundheitsunternehmen Epfi. Diese Aktie erhebt die Quartalsdividende von 1,48 auf 1,55 US-Dollar und damit um ca. 4,7% an. Der Zahltag für die erhöhte Dividende ist der 15. Februar 2024. So, das war es dann noch wieder mal. Zum Schluss noch der Hinweis. Das Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal.